Gehen durch wird nicht einfach. Dieses Ort ist stark gehalten. Nichts, was wir vorher nicht gesehen haben, Comrade-Captain. Auf geht's! Kamerad, wir gehen. Wir müssen den anderen Seite von der Stadt bis dawn. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. It will be tough. We should try to flank and take him out from above. Your choice, comrade captain. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Falsai! 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 Altyaz! Das sind die Kommunisten! Wargott, Kamerad? Kamerad, Captain! There's a machine gun post ahead! We should use smoke grenades! Quickly, follow me! Use smoke! Pala. Tommel! Pala. Ate. Manifest. No Tattoo. Ate. Reconciliation only exists in cemeteries. The enemy is very strong, but if we destroy the gas production facilities and eliminate the men responsible, we can take the flames of the war into the enemy's homeland. The aims of war may be just, but it means never.